Schnappszahldaten sollen Glück bringen und sind einprägsam, als Trauungstermine sind sie daher ausgesprochen beliebt. Die zahlreichen digitalisierten Fotos und Unterlagen des HLA zu adligen Eheschließungen in mehreren Jahrhunderten eignen sich bestens zur Einstimmung auf die Hochzeitssaison. Vor den eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten standen seit dem Mittelalter gewöhnlich Absprachen zu rechtlichen Aspekten der künftigen Verbindung an. Eheverträge oder Eheberedungen dienten der Absicherung von Besitz und Erbe beider Partner sowie deren Familien, weshalb sie häufig von zahlreichen Familienmitgliedern und Zeugen besiegelt wurden. Im Marburger Bestand Urkunden 50 sind solche Dokumente abschriftlich in großer Zahl enthalten. In den Fotobeständen des Staatsarchivs Darmstadt ist das eigentliche Heiratszeremoniell bei Adelshochzeiten des 19. Jahrhunderts dokumentiert. So wurden Prinz Heinrich von Preußen und Prinzessin Irene von Hessen und Bayrein bei ihrer Hochzeit in Charlottenburg 1888 vor dem Traualtar abgelichtet. Unter den illustren Gästen finden sich unter anderem Kaiser Friedrich III. sowie Queen Victoria. Einen genaueren Blick auf die royalen Hochzeitsgewänder gestattet ein Foto aus dem Jahr 1862, das Prinzessin Alice von Großbritannien im weißen Brautkleid und ihren Ehemann Großherzog Ludwig IV. von Hessen und Bayrein im Hochzeitsumhang zeigt. Interessante Details sind auch zu den adligen Hochzeitsfeiern überliefert. Anlässlich der Trauung Philipps des Großmütigen mit Christine von Sachsen wurde beispielsweise in Kassel ein großes Turnier veranstaltet. Die Teilnehmer und Sieger sowie die anwesenden Fürstlichkeiten wurden in einer Liste erfasst. Auch für das leibliche Wohl war natürlich gesorgt. Eine besonders eindrucksvolle Torte wurde etwa auf der Hochzeit des Kronprinzen Edwards VIII. von Großbritannien mit Alexandra von Dänemark serviert. Von einer reichhaltigen Getränkeauswahl zeugt das 14-seitige Verzeichnis, das auf der Vermählungsfeier des Grafen Georg zu Nassau-Dillenburg mit seiner zweiten Frau Amalia von Sein-Wittgenstein im Jahr 1605 ausgeschenkten Weins. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden die frisch Vermählten gewöhnlich auch reich beschenkt. Landgräfin Elisabeth von Hessen, eine Tochter Landgraf Heinrichs I., wurde zu ihrer Hochzeit mit Gerhard V. von Eppstein im Jahr 1294 beispielsweise die Hälfte der Burg Schartenberg bei Zierenberg übereignet. Ihre späteren Namensvetterin erhielt 1525 anlässlich ihrer Trauung mit Pfalzgraf Ludwig II. von zwei Brücken zahlreiche mit Diamanten, Rubinen und anderen Steinen und Perlen besetzte Ketten, Spangen sowie andere Schmuckstücke, über die ein detailliertes Verzeichnis angelegt wurde. Mit diesen Schlaglichtern auf einige Eheschließungen des hessischen und europäischen Adels wünschen wir allen Paaren, die diesen Frühling heiraten, einen gelungenen Hochzeitstag, gutes Wetter und natürlich viel Glück und Freude.